Hm, warum das? Du, das brauch ich jetzt on camera nicht so ausführen. Doch, das ist kaum erzählbar. Ich trinke auch dabei. Ich nehm eh noch nicht auf. Nee. Nein, wirklich nicht. Nein. Jetzt erzähl. Ich kann so ein fettes, langes Beepen reinmachen. Das machst du doch eh nie. Nicht jugendfrei. Okay, wenn ich schon wieder das erste Kommentar von COD her, dann müssen wir da eigentlich schon wieder Peepen drüber cammen. Was macht der? Rein und wieder raus. Reibungslos. Ja, wer? Es ist einfach COD auf Deutsch. Warum spielst du jetzt auch auf Deutsch die Profi? Ach, keine Ahnung. Nein, Minetag, Minetag. Verpässt dich. Was? Oh, M27 Reflex. GPR. Ich campe jetzt. Bist du jemand? Hm. Oh, oh, da ist ein Gegner irgendwo. Ganz genau da. Ui, da ist Schweide. Ui, da ist Schweide, Mann. Haha, da war ein Swar am Campen. Ja. Und wenn jetzt noch meine Tags gibt, dann hätten wir beide ein V-Set, aber so wie es ausschaut. Ja, gleich Player haben so in seinen Voice-Chat, naja, sagst du. Da war gerade irgendwo einer. Ich habe Angst. Oh ja, du, ich habe Angst. Vor allem, weil ich 0 Confirms habe und 5 Kills. Und mein teammate checkt nicht, wenn da ein Typ oben ist. Ist ja genau. Ja. Nein, nein, nein. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Stirb doch dann. Nein, die spawnen bei mir. Wo ist die spawnen bei mir? Die spawnen bei mir. Da oben ist einer. Die spawnen bei mir. Hilfe. Ja, ich, äh, bin auf dem Weg. Was, was, was? Nein, nein, nein. Von wo? Alter, ist nicht der Ernste, oder? Ist jemand am Campen mit zwei Shock-Charges? Beide Shock-Charges reißt und er checkt nicht, dass hinterher drei Gegner stehen. Nicht schlecht. Mit seiner AN, er regt so auf. Da bist du da mal sterben? Halter. Oh mein Gott. Ich bin mit seiner AN begegnet. Wen bin ich begegnet? Dem anderen Typen mit der AN. Ne, aber da ist einer. Ich bin ein bisschen vor meinem V-Set. Oh, da will ich jetzt nicht runterrennen. Da will ich da runterrennen. Hast du den Mot. Ja, der Typ ist tot. Ist gut gemacht. Bis auf, dass ich immer noch 0 Confirms habe, ist leider größer. Oh, oh, die kommen alle zu uns, Moritz. Und ich treffe nichts. Kommt da einer hoch? Keine Ahnung. Hoch nicht, die waren alle im Haus. Ach so. Wie ich gesehen hab zumindest. Oh, wenn ich da ist gestorben, ja. Ich hab's dir gesagt, man. U-A-V-Set. U-A-V-Set? U-A-V-Set, man. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set. U-A-V-Set. U-A-V-Set, man. U-A-V-Set. U-A-V-Set, man. Ja. Sind sie dahin? Bei irgendeinem teammate... Ah, er kann da campen. What? Dein V-Set ist aus! I don't know. Jetzt fällt der aber früh ein. Der mit der AN schon wieder. Er sprayt einfach überall. Scheißegal, wie weit du weg bist. Er sprayt. Ich hab Angst, da sind Gegner irgendwo Modes. Ja. Da kommt gleich einer. Okay, nein kill. Oh, das ist ein Gegner. Sagt mir das niemand. Ist doch unglaublich, der mit seiner scheiß beschissenen AN. Aber echt, Mann. Der kämpft doch einer, deine Hunde tot. Ja. Da war doch grad irgendwo einer. Oh, wie meine K9 einfach abgeht, ich sag's dir. Hä, wo sind denn jetzt? Das sind schon noch sechs Leute drin. Lass mich verarschen. Das ist sie gar gekommen. Muss nicht sterben. Ich will nicht meine Streak verlieren. Ne, ich camp das nicht einfach da oben hin und fertig. Da drüben campte nämlich der mit der AN. Ja, ich hab ne Shock Charge irgendwo. Da drüben campt auch jemand. Ich hab ne Shock. Im Gaddafi umbracht! Ja, Mann! Jetzt bist ein nationaler Volksheld. Das ist unser Shock Charge im Auto. Oh, scheiße. Ah, jetzt war das Jarka da. Oida, Mann! Ein Ofeind. Wie kommen wir bitte die Shock Charge ins Auto reinwerfen, ganz ehrlich? Schellt, schellt! Ich hab ihm aufgehört. Hallo! Tch. Egal. Ihr campt einfach, ich seh' seine AN durchs Fenster durch, gell. Ich spring' halt so hoch. Hallo, Mann Keling! Da war doch gerade irgendwo ein Gegner Denkmal Alma, wir hätten die spawnen gleich hinter mir Du, das könnte durchaus sein Oh, Gaddafi hat das Spiel verwendet Kannst aufhören da zu campen? Ich? Ja, du Nee Die anderen machen es genauso Was, Gegner? Ja, Gegner Außerdem camp ich nicht, ich hätte Glitch Achso Der Unterschied Oh, er sitzt in der Ecke mit dem Schild Oh mein Gott Verrekt, oder was? Nein, eben nicht, aber ich wollte ihn abschießen Dann konnte ich aber nicht, weil er in der Ecke mit dem Schild sitzt, genau da irgendwo Warte, hast du einen Tag für mich? Äh, nee Oh, da kommen welche, Moritz, Hilfe Ah, also Tag für dich Daaaankeschön Der kommt jetzt da rauf, oder? Ja Der da rauf, kommen wir nicht da rauf Ah, der D kämmer da rauf Oh, ich mach jetzt ein Flawless, okay Okay, mach ein Flawless Ich mach einfach ein Nuklear, meine Fresse Oh, ich bin auf einer 15, der Killstreak, oder so Done Streak, oder? Meine ich ja Was, Granate? Okay Kannst ja nicht sterben Blutrenz, Deck Sprain Assist Du scheiß Team-Mate Das war mein V-Set gewesen Wenn Ohrens an dem Spur aufregt, dann sinds die Team-Mates, die alles konfirmen Alles Oida, Mann, Team-Mate Nein, 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 nein Oh mein Gott Er sitzt in der Ecke, wirft ne Schock, 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 mein Gott Nein, 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 einfach nein, nein Nein, einfach nein, nein Da ist ein Attack, da ist ein Attack Yes Einfach nein Wie kann man nur so Wie kann man nur so schwarz sein Granate Sie werfen mit Granaten auf meine Hunde Granate 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 Was, die haben einen UAV geschafft Verarsch mich Ja, wir haben einen V-Set Von dir Nee, ich hab meinen Irgendwo anders Aber er ist aus, oder? Ist er aus? Ja, nein, oder? Na, glaub nicht, aber Na, egal, jetzt ist meiner online Jetzt kriege Assists Ist ja cool Aber wir haben da schon wieder in der Ecke hofft Was? Mir fällt noch irgendwas zu Ah, jetzt, ah, jetzt kriegt das Oh, dann klettere ich da rein Und vielleicht, oh Jetzt bringt's mir ja wieder ein paar Leute um da Hacker Win Hacker Win Warte, das kacke ich gerade voll ab Er wirft schon wieder mit einer Shock Schaut auf mich Ich bin ein Jude, ich bin Russisch Und, was bin ich noch? Und ich bin ein Hacker Jetzt gewinnen wir erst einmal Confirmed ist einfach ein Haufen Scheiß Und solange meine Teammates jetzt befähigt sind Dann kriege ich mein D-Set gleich wieder Weil theoretisch mein EMP oben ist Ja, der war doch da Alter, da rennt sie lang Teammate, hinter dir ist gerade jemand gestorben Aber dich interessiert zum Scheißdreck Ist klar Ja, dein Dings hat gerade Hm? Dein, 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 dein Escort hat gerade Zeug gemacht Ja, ja, meine Escort macht hoffentlich Zeug Sonst trinken wir Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Spasti Danke, Escort Bitte Oh, da kommen wieder Typen Na, Escort Drohne mach Ja, Escort Drohne reg' ich Das Immer weiter kann Ich bin nicht mehr Ist meiner, meiner Ist deiner, echt? Meiner Da liegt irgendwo nur meiner Da liegt meiner Unser V-Set ist aus Oh, da kommt einer hoch Da kommt einer hoch Hast du den? Meiner, 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 Meiner Meiner, Meiner, Meiner Ne, Meiner, Junge Ich hab eins V-Set Ja, ich hab auch eins V-Set Was ist ein 1 V-Set? Keine Ahnung Du hättest damit angefangen Die Zeit ist fast oben Ich bin damit immer EMP V-Set Ich krieg jetzt mal ein V-Set wegen Tieren Um der Zeitnummer für die Stadt hin So Entschuldigung Entschuldigung Ich kill kann Nein, natürlich nicht Nein Hier Wallhacks Ich schreib auf meinen GG GG Ja, ich schreib auf meinen GG 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 Papa Scheiss Alter Gott Robert Jetzt wird die Marco heute Montag Das ist ein Z인지 Mong Rhode Beg recht Ich hätte Besuch Les Both verbatzt Die die